Mein Vater hatte ja in Rede von seltsamen Job, also Job in dem Sinn, weiß nicht, er war Beamter, also da sind wir weit entfernt von einem Job. Mein Vater, eigentlich gelernter Schneider, war dann Garderober im Burgtheater. Also Garderober im Burgtheater, das sind die Menschen, die Schauspieler anziehen. Es gibt ja die an der Garderobe halten, was Publikum im Mantel angeht, das hat mein Vater nicht gemacht. Mein Vater war Garderober im Burgtheater hinter der Bühne, hat die Schauspieler angezogen, weil Schauspieler durchwegs auch nicht unbedingt lebensfähige Menschen sind, die können sich nicht selber an und ausziehen. Dafür war mein Vater zuständig im weißen Mantel. Und jetzt bin ich natürlich dann oft als kleiner Bub dabei gewesen, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre schon im Burgtheater gesessen, das war damals so die Dienstsitze in der dritten Reihe, das ist relativ weit vorne, in einem selber gnahten Anzug von meinem Vater, so ein Pepita-Anzug alles. Pepita heißt das, das ist so schwarz-weiß-geinkariert. Kennen Sie Pepita? Das schaut aus wie von der Matchbox-Autobahn, die Statsüflagge. So ganz klar, schwarz-weiß-geinkariert. Ich bin da gesessen mit dem großartigen Anzug, neben mir ist die Mutter gesessen, im Pepita-Kostüm. Mein Anzug war ja praktisch der Rest vom Stoff, was übergeblieben ist, beim Kostüm von der Mutter. Dann sind wir da gesessen, beide im Pepita und haben uns das angeschaut. Und das ist halt für einen sieben-, achtjährigen, so Macbeth zum Beispiel, ist nicht wirklich ein Reißer. Also das ist lang und wird dann wirklich fad. Was mich aber immer fasziniert hat, schon damals als Bub, wenn ich da mit dem Papa hinter die Bühne durfte, wenn ich diesen Theaterbetrieb von hinten kennenlernen durfte, in der Seitenbühne gestanden bin, während meiner Vorstellung meinem Vater dann bei der Arbeit zugeschaut habe. Das war schon immer recht aufregend, ja. Da ist er gestanden mit einem Quaunt erstens einmal für einen Schauspieler und dann ist er gestanden mit einer Whisky-Flasche. So hat er so eine Ballentinesflaschen gehabt. Und dann ist der Schauspieler, hat einen Monolog gehalten, ist hinter die Bühne gekommen. Das war glaube ich damals der Heinz Reinke, ein Deutscher war das, ja. Und dann hat ihm der Vater die Whisky-Flasche gegeben, dann hat er eine Zeit schnell, bumm, einen anderen Hut aufgesetzt, ist rausgegangen und hat weitergespielt. Und damals als Buben hab ich mir schon gedacht, das war kein Beruf für mich. Also das ist nichts für mich. Wenn ich Alkoholiker werden will, da geht's ein Post, brauche ich wenigstens nichts auswendig lernen, sozusagen. Aber offenbar ist es dann doch irgendwie anders gekommen in meinem Leben, ja. Nur ich mich dann für einen anderen Weg eigentlich... Ach, ich war das jetzt, ich hab mir da nicht so entschert, was dabei war das ich. Ich bin dann zur Kleinkunst gekommen, hab dann den Schauspielberuf von anderen Seiten kennengelernt, aber dann trotzdem, dann irgendwann vor ein paar Jahren doch in einem Landestheater gespielt, in zwei Produktionen, und da hab ich dann wieder so ein bisschen ein Déjà-vu gehabt, so wie das damals war mit dem Vater hinter der Bühne. Und was ich damals als Kind nicht bemerkt habe, jetzt aber schon, was dort in so einem großen Haus und Feld ist ein bisschen die Begeisterung. Also der Geist, der uns eigentlich antreibt, der uns was tun lassen will, der uns was wagen lässt, der fehlt dort, was dort herrscht, ist der Geist der Verwaltung. Der Gast ist schon da. Danke, verstanden. Der Gast ist da. Wunderbar. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, das ist Herr Rudolf Berger. Er ist Kulturmanager und er ist ehemaliger Volksoperndirektor. Das ist aber nicht der Grund, weil ich jetzt ein großer Opernfan bin, eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Opa, meine Frau schon, die ist Opernfan, ich selbst. Da gibt es so eine gewisse Frequenz, wenn diese Damen anfangen zum Schmettern, das tut mir wirklich weh. Das ist eine körperliche Störung wahrscheinlich bei mir, weil da springen mir alte Impfungen auf. Das ist halt so und das tut mir nicht gut. Der Herr Opa ist eher so nicht meins. Also der Grund, warum der Rudolf Berger heute bei uns zu Gast ist, ist nämlich, dass er irgendwann einmal für sich entschieden hat, einen Schritt zurück zu machen. Also das große Theater ein bisschen seilen zu lassen und um sich um die kleinen, feinen Dinge in der Musik und in der Kulturszene zu kümmern. Und jetzt leitet er die Opernfestspiele in Gars am Kamp. Und da habe ich ihn auch kennengelernt, weil ich dort in Gars am Kamp dann oben auf der Burg gespielt habe. Also nicht gesungen habe, sondern meine Vorträge dort zum Besten gegeben habe. Und er steht für mich für das, was wir glaube ich heute brauchen. Ein bisschen Reduktion, ein bisschen weniger. Weniger ist mehr. Was zum Beispiel auch mehr wäre, wäre weniger Werbung. Prinzipiell einmal weniger Werbung. Das können Sie aber jetzt für sich entscheiden. Es zwingt sich keiner. Sie müssen sich das jetzt nicht anschauen. Geben Sie dem Kopf ein bisschen Ruhe und machen Sie Platz für eigene Gedanken. Und sagen Sie denen, kalt sei doch, das klumpert. Ich brauche es nicht. Bis gleich.